Musik Ganz in der Nähe von S- und U-Bahnhof Warschauer Straße, eines der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte des Bezirks, befindet sich das Wahrzeichen von Friedrichshain-Kreuzberg. Musik Hier am Oberbaum, die Oberbaumbrücke. Musik In unmittelbarer Reichweite das Eventhaus Speicher und die Eastside Gallery direkt an der Spree. Musik Die siebenburgige Steinbrücke misst 150 Meter und wird von U-Bahn und Straßenverkehr genutzt. Musik Nach der Wiedervereinigung wurde die Brücke für 70 Millionen D-Mark umfassend in Stunt gesetzt. Musik Santiago Calatrava gewann den Architektenwettbewerb. Die Oberbaumbrücke ist die wohl attraktivste Verbindung zwischen den Ortsteilen Friedrichshain und Kreuzberg. Seit 1998 ist sie traditionell einmal im Jahr Schauplatz der Gemüseschlacht, in der um die Vorherrschaft zwischen den beiden mittlerweile fusionierten Bezirken volksfestartig gestritten wird. Musik Auch nachts zeigt sie sich mit großstadtlichem Flair und der charmanten Beleuchtung. Musik Übrigens trägt das Wappen von Friedrichshain-Kreuzberg die Oberbaumbrücke. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020